Neugeborene Kälber haben innerhalb der ersten 16 Tagen eine passive Immunität, da sich das körpereigene Immunsystem sich nach den ersten 16 Tagen entwickelt. In diesem Zeitraum ist das Immunsystem sehr schwach. Kälberverluste sind in diesem Zeitraum am wahrscheinlichsten. Verstärken Sie die Immunität Ihrer Kälber mit dem Pharma-Nürborn-Produkt, den Sie in den ersten 18 Stunden nach der Geburt verwenden. Fahrmann GmbH – Mein Bauernhof ist mein Leben